herzlich willkommen zu einer weiteren runde oder hey kinders zu einer weiteren runde loll season 7 der solo tour rickert basti hat man sei wieder seine wei bekommt er ist glücklich ohne ende ja und im letzten game haben wir uns gedacht ja er ist ja nicht ganz unbrauchbar spielen wir noch eins mit ihm danke eure du jetzt bekommst du wieder machst du mit oder ohne smite er macht gar nichts weil er gerade ich mache mit meint habe ich gesagt also musste lauter sagen weil das kam nicht rüber schuldigung ja ja rtl springen genau das war früher so das spiel schlechthin da hast du glaube ich nur die maus gebraucht auch irgendwie im richtigen moment klicken unter die maus und nach hinten ziehen wenn du den winkel irgendwie bestimmen wolltest ich weiß es nicht mehr es gab auch noch hier ich biathlon die hästen die andere scheiße berg runter abrisch nee doch abrisch ja sie ist aus wie abrisch kommt drauf zurück ich dachte du willst ohne smite gesagt ich mache mit smite ich wollte aber ohne den strom schwimmen ok hat beim red begonnen der kicker triathlon es gibt ski es gibt triathlon also downhill ist ja mit snowboard fahrrad klassische downhill das klassische downhill tue ich mit fahrrad fahren also wollte mich verarschen wie heißen die kacke nur da war mir die ober leider Können wir noch ein bisschen Damage an dem Typen machen? Abfahrtslauf! Hier, oder? Eigentlich heißt das doch Abfahrtslauf So ganz stumpf Deutsch halt, ne? Irgendwie so, aber ja Vor allem, ich überleg gerade, wie ich das googeln soll Wenn ich das nicht weiß, wie es heißt Wie heißt das mit Shia und dem Berg runter Richtig dumm googeln Ja, so eine richtig dumme Google-Anfrage Slalom! Ah, ja genau, Slalom Ja doch, Slalom, wo du hin und her Ja genau, das habe ich bei der Wii gehabt mit dem Board, weißt du? Ja genau, dann gibt es noch einen langen Lauf, gibt es auch Ja dann gibt es den Riesen-Slalom und dann gibt es noch, äh, was ist noch die Steigerung davon? Ähm Slalom ist die Steigerung Ne, da gibt es noch eins, das ist dann, äh, noch ganz extrem lang Und dann haben die ja angefangen, das, äh, zu perversieren, ne? Die haben ja die, die Strecken, also in der Realität jetzt, ne? Da haben sie ja die Strecken dann, äh, entweder unmöglich gemacht, ja? Also wirklich, äh, wo die hart, hart, hart immer auf der Kufe lagen und so weiter Und mit viel Glück haben sie es geschafft Oder sie haben die einfach nur extrem lang gezogen Pufen gibt es aber beim Skifahren, ich Digga Hm? Die Kante? Kufe ist Schlittschuh Hat es es echt geschafft, sich töten zu lassen vom Chokert? Meine Fresse, das war so klar, dass der umdreht Ah ja, Skispringen Stimmt, ich hab mir das auch als Mobile-Gamer geholt, soll ich mal wieder downloaden? Oh Gott Ja, ich hatte noch Bock drauf, irgendwie Skispringen zu spielen Die Bottlin fiel Auch gar nicht so schlecht Ja, hier sind die alle weg Ja, ich weiß nicht, wir hatten das dann immer, äh, mit mehreren Kumpels zusammen, äh, an einem Rechner dann gezockt, weißt du? Turniermodus, einfach mal abwechselnd hin, oh Ja, ja, komm her, kriegst du Ja, ja Beste Online-Feature Weißt du, da läuft der weg, ich sag doch, irgendwie kriegst du die So, hab ich eben Worms, das weiß ich noch Boah, Worms, das war geil Aber das war auch so zum Ragen im Grunde Da hast du dann einfach aus Versehen immer mal die Leertastige geguckt Boah ja, weißt du, wenn du dir denkst so, boah, jetzt, jetzt einfach nur da rüberjumpen und ne heilige Granate in den Arsch schieben, ne? Und was ist? Du jumpst in die nächste Mine oder sonst irgendwas Ja, die Cutter hat noch die Kurve gekriegt, ich habe... Jungle Show Guard Das man noch erleben darf Oder ist er wieder in Mode? Ja Das war aber ewig, keine Ahnung Ich habe ja auch ewig ne Menge gezockt im Grunde Ja Hat er dodged? Waa? Waaah Wir haben noch keinen Ulti Wir haben noch einen Ulti Wir sind doch aber Schild die oder so Wir brauchen W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W holt hier hast du die ja okay warte ich ich dachte durch die falle kohle ich bin ich bin die werden die re-engagen Nee, warte mal, dann gehen wir zurück, dann können wir nämlich den Pinky holen. Die Kadara geht... äh, Kadara. Die steht einfach im Turret, Alter! Ja, DC. Oh, krass. Oh, sehr unpraktisch jetzt, die DC. Immer wiedersehen. Der Gegner verfällt im Blutrausch. Oh, äh. 3-0 hat der, ja. Vladimir Gang ist auch ein bisschen. Oh, selten Spotlight. Ist... absolut tot, Alter. Und es haut euch beide hoch, krass. Toll! Was auch Angst du ver genres. Die, die hier, die hier. Ich muss, meine Hle, am Schlaf. Ja. Ja. Ja, die Mäser. Ich kann meine Hle etwas wiedersehen. Kommst du zurecht, oder? Oh, sie hilft. Nö, der trifft nicht. Oh, die ziehen hoch. Oh, lol, ich wollte ihn gerade zurückknocken, Alter. Mann, flash da drüber. Oh, Gott, das ist mit dir. Haha. so eigentlich noch das ding und viele hyperbräuche scheiß äh nautilus 8 schlechteste tower dive von uns jetzt? ja wieso wir haben ihn geholt da war doch alles genau abgepasst die gegnerin einen turm zu schluss näh es gibt immer bladimir ist con Blöding mei, ja. Ah, ah. Mann, no, Mann, no, Mann. Ah, die Kater ult! Das wird ein Herausforderungsendes Spiel, ey. Oh, die Kater ult. Ich hab Exhaust noch an Ich hab ihn Oh Gott, der Cho'Gard hat ein Abo in der Mitte Ich hab keine Ahnung, wie oft ich noch pingen soll Muss ein Brainstupid sein, er weht hier Oh Gott, und da kommt Septon, der muss nur Eis machen Der Tyrion Shot, Alter Nee, komm ich nicht Oh, ich hatte dir Speed Up gegeben Komm, ich überrasche die jetzt, ich spring da rüber und töte einfach Oh Mann ey Die Gegner sind ja so richtig lame Ich hab die immer umgehört Noch nicht EINEN Kill ey Ich auch nicht Ich glaube, ob die hier Dings probieren Die werden Mein Volk zählt Scheinlich Ne Wartlane Ich würd zum Aspire gehen, sonst ist er gleich weg Ich bin ja da 22 Sekunden hab ich Ulf, wenn du Lust hast Jetzt Ulf Der Alter Sie ziehen NEIN Oh nein Oh nein Oh nein Das gewinnen wir nicht Frontlane haben So nicht Oh, Vayne ist auch gestorben Die haben einfach Die haben einfach viel zu viel HP Wir haben halt Den stupid Vayne auf der Toplane Die halt gegen den Bloody Meer komplett Mal mitkriegt, wenn 30 mal Pink Cho got flanked Ja Das hätte aber keiner sehen können Ja, das hätte aber keiner sehen können Ne Boah Oh Gott Also ihre Träten sind wirklich gut Das ist halt ein ADC gegen den Caster, Alter Was warst du? Vor allem mit Vladimir musst du nix zielen Außer sein AOE und sein Target Action I don't know what I do Die haben halt einfach so ne krasse Frontline Ich kann auf die Caitlyn hüpfen Und danach flieg ich 10 mal in die Luft Nein Nein Loll Wir haben hier 2 Top und Bot Der Gegner hat einen Turm zerstört Boop 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 So Was ist denn die guys die Loól Warte Das ist ein Dächer Loól Was ist denn das zu fett Loll Der ist Nee, der ist zu fett Das ist aber echt so, Alter, du musst halt nichts können Du gehst hin, drückst deine E, splasht sie in einem übelsten AOE-Radius und drückst Q auf den Gegner Und irgendwann setzt du deine A drunter Natürlich bringt sie es mit, Alter, warum bringt sie die scheiß Ulti mit? Wie blöd muss man sein, Hauptsache mein Charger brechen Damit ich vor ne Ulti wer escapen kann, der ich nicht escapen kann Ja, Wladimir lähmt, bestimmt gleich die Toplane wieder rein Oh, wir können die Mitte einreißen Ist nur noch Caitlyn und Dings da Das ist so krass, Alter, kann man nur so einen lächerlichen Damage machen Kills halt in der 9-1 Der hat nichts, Alter, der hat, na gut, der hat drei Items Kriegt er eigentlich die ganzen HP her, der hat ein HP-Item Das ist halt echt nur... Ja, die Mitte... Wir haben halt keine Freundlein, die Vayne ist instant tot, der Esri ist instant tot Was soll ich denn da holen, ey? Gar nichts, du kannst so oder so nicht tanken Der Gegner hat einen Turm zerstört Der OSE... Ich bin die von dem Send, ne? Lass mich mit dem rumgeplannt, Schöp Weg, der Wladimir Der, der Bloody Mir macht die Base weg, ich sag's wie's ist. Weiden wir halt. Nee, ich muss ja den Evil verteidigen. Die wär beinahe draufgegangen mit der Kate und dem, äh, Nautil. Ah, ich bin da. Tot. Keine Ulti. Also irgendwas anderes? Warum sind die alle so Baron geil? Wenn wir jetzt dahin gehen, wären wir getrappt und haben's verloren. Baron ist so unwichtig. Solche Shit Calls, ja. Brauchen die nicht? Ja. Pressure Komplett gegen Old Small Baron. Ja. Die Heel kommen jetzt später What? Oh, da war noch eine Caitlyn, Alter Ich muss hier vielleicht geflatt sein, der von mir zu hören Naja Ja, der hat es Der hat es Naja, die Caitlyn wären noch nicht drin Meine Aufgabe ruft mich Ja, wir hätten Free Nash, weil ich aufgehört habe Gegen den Strom schwimmt Für wen? Für niemanden Weil wir alle tot wären 300 Gold Der Teamfight war super, dann haben sie angefangen Daryl zu machen Sofort einfach wieder komplett die Value Der ist Gold gegen... Äh, gegen einen Ass Keinen Buff Wenn der Vladimir halt, äh Den Spell nicht anfühlt Dann... Ich finde meinen Weg Okay, eine würde ich raus Okay, eine würde ich raus Was? Ja... Da waren drei Leute Kann man nur so auf meinen Red Duff Green Die Leute unter dem Was ist denn das für eine Scheiße hier? Was ist denn das für ein Spiel? Ja... Was ist denn das für eine Scheiße hier? Ich bin der Was ist denn das für ein Spiel? Ich finde meinen Weg Oh Freunde, oh kommt, das Ding ist durch Du hast halt einfach geankert und bist tot Nee, das kannst du verjessen, das hat aber alleine die Vayne ruiniert auf der Toplane mit dem scheiß Platine-Gefeede Clash der SV nochmal Der CC Irgendwann aufgehört zu zählen was ich hab gekriegt Das war klar, aber wir mussten es ja wieder 12 Minuten in die Länge ziehen Genau deswegen zackt einfach Nami, komm Ich hasse den Nami Wie häufig ich den Arsch gerettet hab, den Leuten, weil ich so gehandelt hab Ja natürlich, das ist ja in Ordnung, aber das machst du einmal Das war's Das war's Das war's Dach